In deiner Zielgruppe gar nicht die Möglichkeit haben, wirklich eine vernünftige Entscheidung für den richtigen Makler zu treffen, weil vielleicht jeder vergleichbar ist, jeder sieht vielleicht gleich aus, zumindest im Auge der Zielgruppe. Jeder Makler sagt sowieso, nein, ich bin besonders und ich mache meine Dienstleistung besonders gut und mein Service, der ist der allerbeste, das sagt eh jeder. Das Ding ist nur, es interessiert keinen außer dich selber. Ja und vor allem kein Verkäufer weiß es. Man muss mal verstehen, okay, wie kommt dieses Problem überhaupt zustande? Herzlich willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mit dem Thema die Hausaufgaben eines erfolgreichen Immobilienmaklers. Was ist zu tun, worauf muss man achten, was sind die wichtigsten Grundlagen, um als Immobilienmakler erfolgreich zu sein? Und es ist etwas komplett anderes, als viele vermuten. Das sind nämlich nicht immer wieder neue Tools und immer wieder neue Dinge, sondern es sind ganz elementare Grundlagen. Und um die zu erfahren, hör dir jetzt die ganze Folge hier an und jetzt geht es los. Lieber Leon, Thema Hausaufgaben. Was sind denn oder was ist in deiner Wahrnehmung, in deiner Beobachtung mit in den Gesprächen, mit den Maklern immer wieder so ein Thema? Ja, also ein Riesenthema ist, glaube ich, erstmal angefangen das Thema Positionierung. Was bedeutet überhaupt Positionierung? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich überhaupt ansprechen? Dann natürlich das Thema, wie soll ich überhaupt auftreten? Was ich ganz oft höre, ist auch wieder Firmenname. Ja, wie wähle ich denn den Firmennamen richtig? Also wirklich in den Markt mit einer klaren Positionierung. Das bin ich, dafür stehe ich, das liefere ich, das ist meine Dienstleistung. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das Angebot klar zu definieren. Was biete ich eigentlich wirklich an? Weil da gibt es ja jetzt auch wieder den einen, der bietet vielleicht noch Homestaging mit an, der andere bietet vielleicht noch mit Immobilienfinanzierung an und so weiter. Dass man da einfach wirklich klar wird und das auch dementsprechend kommuniziert. Okay, also das ist jetzt erstmal das Thema, wer bin ich überhaupt? Genau, richtig. Also als Immobilienmakler. Also grundsätzlich ist mal klar, wir vermitteln Immobilien. Und da geht es ja auch schon los. Der eine macht ein bisschen Vermietung mit. Ich habe es jetzt gerade eben wieder vor kurzem erlebt. Da kommt jemand und will für einen Freund Vermietung machen, hat aber überhaupt keine Ahnung, was ist da eigentlich zu tun bei der Vermietung. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich am Ende des Tages. Ja, es entsteht einfach ein extrem großes Chaos. Also ich glaube, wenn ich jetzt, wenn alle Zuschauer mal wirklich ganz, ganz ehrlich sein würden, wäre glaube ich für viele, nicht pauschalisiert natürlich, wäre für viele die Frage wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, wer bin ich überhaupt? Wofür stehe ich wirklich? Kommt das, wofür ich stehe, auch wirklich bei meiner Zielgruppe an? Ja, und das ist ja eigentlich schon der beste Hinweis dafür, dass mir das selber nicht richtig klar ist. Dann kann es natürlich auch so nicht wahrgenommen werden draußen. Aber das könnte ja jetzt für viele Makler, jetzt ohne dir da zu nahe treten zu wollen, aber das könnte ja jetzt für viele Makler auch schon unheimlich weit hergeholt sein. Ich würde gerne nochmal ein paar Schritte zurückgehen, so wirklich an den echten, elementaren Anfang. Und was ich immer feststelle, ich weiß nicht, ob du das auch in den Gesprächen so wieder findest, ist, dass erstmal die Makler glauben, viele Makler glauben, ein Problem zu haben, zum Beispiel Objektakquise, und dann wird schnell nach einer Lösung gesucht. Ja, 100 Prozent. Also zum Beispiel, ich brauche eine Webseite. Ja, das ist sehr gut, was du da ansprichst. Lass mich noch den Gedanken zu Ende bringen. Und zwar, was ich einfach merke, ist, dass so ganz einfache Dinge, also wenn ich jetzt einen Privatverkäufer zum Beispiel anrufe, um den zu akquirieren, klassische Kalterquise, wir nennen es ja anders, Direktmarketing, aber nennen wir es jetzt mal klassische Kalterquise. Also ich weiß, das sind Menschen, die verkaufen ihre Immobilie, die haben ein Angebot im Markt. Jetzt fangen ja viele Makler schon an im Kopf und sagen, ja, der hat sich ja gegen mich entschieden, der will ja gar keinen Makler, schwimmen gegen den Strom und so weiter. Aber wir blenden das mal alles aus. Was ich meine, sind die Grundlagen. Beherrsche ich überhaupt das Thema Akquise, also telefonische Akquise? Kann ich das überhaupt? Weil der Punkt ist, wenn jemand nicht genügend Objekte hat, und du weißt ganz genau, Lian, wir haben Leute, die sind sehr lange im Markt und haben immer noch das Thema Akquise, also Objekte, genügend Objekte zu haben, immer noch als Problem. Und dann laufen sie von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Seminar zu... Ich will da ganz kurz was zu sagen, eine kleine Anekdote von... Ich hatte gerade eben einen Call, ich rufe ihn an, 35 Jahre Erfahrung, Aussage, ja, was soll ich denn noch lernen? Ich weiß ja schon alles, was kann mir noch beigebracht werden? Und ohne, dass ich eine Gegenfrage gestellt habe, kam die Aussage, ja, eigentlich müsste ich nur mal wieder meinen Riesenkundenstamm anrufen und dann wären da wieder neue Objekte. Aber wenn man jetzt da ja zwischen den Zeilen liest, dann spiegelt das ja eigentlich genau das wieder, was du gerade sagst. Ja, keine Grundlagen, vielleicht kann er das gar nicht, vielleicht hat er überhaupt keine Strategien dafür, ja, das tatsächlich umzusetzen, weil sonst hätte er es ja schon gemacht und hätte genug Objekte. Ja, oder wäre dann 35 Jahre, war das ein Einzelkämpfer? So tief bin ich jetzt nicht gegangen, weil das... Ja, aber wäre jetzt, also nehmen wir jetzt mal an, 35 Jahre ist immer noch Einzelkämpfer, ja, was will er es nicht oder kann er es nicht, warum ist er immer noch alleine, warum sitzt er da alleine in seinem Büro nach 35 Jahren, ja. Also ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren. Der Punkt ist, wir fangen mal, wir gehen noch mal vorne. Also das Thema Akquise, nur telefonische Akquise, ist schon so deep, schon so tief von den Grundlagen, vom Verständnis, vom Können her. Ja, der Verkäufer sagt, ja, sie sind der x-te Makler, ja. Ja, äh, ne, so dann die Möchtegern-Strategien wie, ich will mir mal ihr Haus angucken. Also einfach zu lügen, um nur einen Termin zu bekommen und sich dann erst vor Ort zu outen. Also, ich sag mal, so Nepper-Schlepper-Bauer-Empfänger-Methoden, ja. Also einfach keine wirklichen Grundlagen und ich meine damit, um eine Sache zu beherrschen, zu beherrschen, die in Griff zu haben, die wirklich zu können. Du weißt es selber, ob es ein Marketingplan ist, ob es ein Flyer ist, den ich vorbereite. Es ist nicht entscheidend, was man macht, sondern wie man es macht. Dass der wirklich cool aussieht, ja. Also, ich kann heute wirklich sagen, acht von zehn Maklern, wenn nicht sogar neun von zehn, sind die werblichen Unterlagen, Prospekte, Flyer, Visitenkarten etc. Allein das Erscheinungsbild, so schlecht, so grottenschlecht. Logos von Anno Turbak. Jetzt kann man sagen, Logos sind nicht wichtig. Okay, drauf geschissen, ist vielleicht auch nicht kriegsentscheidend. Vielleicht ist es nur ein Schriftzug des Namens, Heinz-Bosbach-Immobilien, alles wurscht. Aber am Ende des Tages, das ist ungefähr so, wie wenn du drei Nummern zu großes Sakko trägst. Das sieht einfach scheiße aus. Das geht einfach nicht. Also, Grundlage Nummer eins ist, lerne eine Sache mal wirklich zu beherrschen. Lerne eine Sache so im Griff zu haben, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, wie das geht. Das ist deine verdammte Pflicht als Immobilienmakler. Und ich rede hier von Pflicht. Also Pflicht nicht Kür, sondern das ist deine Verpflichtung. Das ist deine wirklich verdammte Verantwortung als Immobilienmakler, dass das, was du machst, dass du das wirklich richtig gut kannst. Das wäre Grundlage Nummer eins, dass du mal eine Akquisequelle, also nicht eine, sondern du musst drei Akquisequellen haben, so beherrscht, wie das funktioniert. Ganz kurz zurück zu dem Thema, was du eben angesprochen hattest, mit die meisten sind schon direkt bei der Lösung. Für mich ist eine ganz massive Grundlage, jetzt mal abgesehen davon natürlich, Dinge zu beherrschen, das ist sowieso klar oder sollte jedem klar sein, ist, den meisten sind ja die Ursachen der Problemstellungen gar nicht bewusst. Und die Ursachen, also du kannst dich ja nicht, du kannst ja nicht eine Lösung für etwas finden, die funktioniert, dessen Ursache du dir überhaupt nicht bewusst bist. Funktioniert ja gar nicht. Weil ich meine, bestes Beispiel einfach jetzt mal eins von ganz, ganz vielen ist, ja, es gibt so viele Makler an meinem Standort, Konkurrenzkampf ist ja groß, jetzt muss ich irgendwie, jetzt dafür sorgen, Objekte zu bekommen und mich da zu unterscheiden. Erstmal muss man mal verstehen, okay, wie kommt dieses Problem überhaupt zustande? Was ist die Ursache dafür, dass vielleicht Eigentümer in deiner Zielgruppe gar nicht die Möglichkeit haben, wirklich eine vernünftige Entscheidung für den richtigen Makler zu treffen? Weil vielleicht jeder vergleichbar ist, jeder sieht vielleicht gleich aus, zumindest im Auge der Zielgruppe. Jeder Makler sagt sowieso, nein, ich bin besonders und ich mache meine Dienstleistung besonders gut und mein Service, der ist der allerbeste, das sagt eh jeder. Das Ding ist nur, es interessiert keinen außer dich selber. Ja, und vor allen Dingen, kein Verkäufer weiß es. Das ist es ja, also es ist ja nur für die Person selber wichtig, dass sie weiß, ich mache einen guten Job. Aber wenn das niemand da draußen weiß, und das sind für mich auch elementare Grundlagen, die Ursachen hinter den Problemen zu sehen, um dann richtige Lösungen zu finden. Genau. Und damit sind wir beim Thema, was macht einen denn wirklich attraktiv für einen Auftraggeber? Ja. Was ist wirklich, was zeichnet das aus? Das ist einmal das äußere Erscheinungsbild natürlich, also wie trete ich auf, wie wirke ich, aber auch das äußere Erscheinungsbild der Firma. Unterlagen. Also auch die Qualität der Objekte, die ich anziehe, hat ja auch was mit der Qualität meines Auftretens zu tun, wie ich rausgehe. Aber lassen wir mal zu den Basics zurück. Also Akquise, eine Sache beherrschen, dann die zweite, dann die dritte. Dann die vierte, fünfte. Noch ein Beispiel hier an der Stelle. Mein Thema Kalterquise ist auf jeden Fall ein Tool, wo ich als Makler, der noch nicht über große Werbebudgets verfügt, der noch nicht, ich sag mal, alle Bereiche ausschöpft, ist ein Bereich, da ist die Zielgruppe klar, die Leute wollen verkaufen. Ja, und gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt sind viele Verkäufer überfordert. 100 Prozent. Überfragt. Sie wissen, kommen nicht weiter. Ja, sie haben natürlich vielleicht eine falsche Vorstellung. Also jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt. Jetzt ist der Tip-Top-Zeitraum, um wirklich Objekte am laufenden Band zu akquirieren. Also jetzt ist der Tip-Top-Chance number one. Ja. Mit Akquise, aktiver Akquise, Objekte ranzuholen. Zweiter Punkt ist auch eine Sache, die ich immer wieder höre. Beispiel, ich habe einen Kunden beraten über eine, also siebenstelliger Jahresumsatz. Ich sag, hey, wie generierst du denn eigentlich deine Kunden? Da sagt er, ein Teil über Empfehlungen, ein Teil über die Webseite und ein Teil über Network, also Multiplikatoren. Sag mal, wie viel Prozent denn? Ja, so über 30 Prozent über Multiplikatoren. Das war bei dem Jahresumsatz bei 1,2 Millionen rund 360.000 Euro. Ich sag, wie viel hast du denn? Sagt er, drei. Er sagt, ja, was denn? Scheidungsanwalt, ein Entrümpler und noch ein Erbrechtler. Das ist doch spannend. Wieso hast du denn nur drei? Gestandener Unternehmer mit 1,2 Millionen Jahresumsatz auf die einfache Fahrt, warum hast du denn davon nur drei, ist der Leichenblas geworden. Ja. Da sagt er, alleine für die eine Frage hat es sich schon gelohnt, dass du da bist. Das könnte man wieder sagen, da muss man eigentlich selber drauf kommen. Aber das ist es. Man sieht halt häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Grundlage Nummer 1 ist, du brauchst ein richtig cooles Netzwerk. Ja, oder Multiplikatoren. Menschen, die die Zielgruppe besitzen, die du gerne hättest, die eben Immobilien am laufenden Band verkaufen. Vielleicht nicht der einzelne, aber in der Summe. Ja. So, und auch das ist etwas, wie komme ich an die ran? Wie werde ich da zum Meister im Networking? Wie spreche ich die Leute konkret an? Wie bringe ich die, wie hole ich mir überhaupt, wie erkenne ich überhaupt, wer ist denn der richtige Multiplikator? Ist das ein Unternehmertyp oder ist das so eine Blitzbirne, ja, der zum Lachen in den Keller geht, der niemals einen, einen seiner Kunden ansprechen wird, der keine Power hat und so weiter. Also das waren jetzt mal zwei Tipps, die alleine durch Fähigkeiten, lass mich nur kurz noch das Beispiel Kalterquise nochmal bringen, ist, jetzt habe ich ein Telefonat, der Kunde will nicht. Dann geht die Enttäuschung, verletztes Ego, verletzte Eitelkeit, ja, blöder Kunde, der will nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Bleibe ich an dem Kunden dran? Ja? Verschicke ich vielleicht mal ein cooles Prospekt oder bleib mit Briefen dran und so weiter und so fort. Also was ist das? Und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten, damit können wir das heute anhand dieser zwei Dinge schon klären. Die aller, allerwichtigste Grundlage ist, was sind deine whole fucking Prozesse in deinem Unternehmen? Was sind deine Arbeitsabläufe? Hast du feste Strukturen etabliert? Hast du feste Prozesse? Hast du Vorlagen, Anleitungen, Checklisten, wie du welchen Bereich unter Kontrolle bringst, damit du dich daran orientieren kannst, ja, und genau weißt, wie du was tun musst? Ganz kurz was dazu. Und der beste Indikator zu erkennen, ob du das nicht hast, ist, dass du nicht weißt, an welchen Stellschrauben du drehen musst, um jetzt in dem Moment deinen Umsatz hochzufahren. Ganz klar. Ja, weil wenn du Prozesse, Strukturen, Systeme, all das, alles glasklar ist, dann weißt du genau, an welcher Stellschraube du drehen musst, um jetzt in diesem Moment noch deinen Umsatz hochzufahren. Exakt. Und wenn du einmal Erfolg hattest, ja, wenn man einmal Erfolg hatte, stell dir die Frage, warum hatte ich damals Erfolg? Was habe ich getan? Was waren meine erfolgreichen Aktionen? Was hat mich nach vorne gebracht? Und wiederhole die und unterbreche nicht permanent erfolgreiche Aktionen und führe nicht immer wieder Neues und laufe nicht immer wieder auf der Suche nach dem heiligen Gral durch die Gegend, sondern mach das, was funktioniert. Das ist wichtig. In diesem Sinne. Also klares Fazit aus dieser Podcast-Folge. Grundlagen sind wichtig. Struktur, Prozesse, Anleitungen, Vorlagen, Checklisten und vor allen Dingen mache erfolgreiche Aktionen, wiederhole die. Schau in die Vergangenheit, wo hat es funktioniert, was hast du gemacht, warum hattest du Erfolg? Und wenn dir das alles gefällt, dann Daumen hoch unter dieses Video, vor allen Dingen abonniere unseren YouTube-Kanal, folge uns auf den sozialen, anderen sozialen Medien und wenn du wissen willst oder wenn du diese Vorlagen, diese Anleitungen, diese Checklisten, wenn du all das als Business in the Box haben willst, dann jetzt hier unter diesem Video in der Infobox einfach kostenfreies Beratungsgespräch buchen und wir helfen dir gerne weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.